willkommen zur beschwörung wir werden uns den ninjas widmen und ich habe ja schon im letzten video gesagt das sind halt einige die echt gut sind ja also sie sind eigentlich auf der dritten aufladung und sie alle geil bis vielleicht auf jade ja jade finde ich nicht so optimal mit dem es ist halt das ist halt wirklich reiner support ne also meiner clown und chance auf deutsch zu haben deutsch ist natürlich ganz geil 75 prozent chance auf der dritten aufladung man kann sie schon irgendwie einbauen wenn man das unbedingt möchte aber tatsächlich mein hauptziel eigentlich peridot ganz ehrlich also peridot wäre am geilsten ich habe auch nichts gegen zircon den würde ich auch tatsächlich machen real haben wir quarts auch ganz geil attack up clean heilung problemkleriker habe ich genug also er vielleicht dann doch eher nicht mit seiner seiner laterne onyx ja onyx ist denke ich mal auch einer der da braucht man nicht viel drüber drüber reden der ist halt eben gut mika habe ich im letzten video auch schon gesagt mika finde ich ist auch so ein bisschen so unterschätzt weil der kann dich halt extrem am leben erhalten ne extrem allein schon für zwei züge den schaden aufteilen und 20 prozent verteidigung das ist von ziemlich geil gegen diese ganzen hitter die auf alle gehen das ist schon ist schon nicht schlecht gibt dir halt also zeit zeit brauchst du und bei den jeweiligen defensiven gegen die man da spielt das ist schon extrem wichtig deswegen wäre ich nicht traurig wenn ich ihn kriegen würde topaz ja habe ich schon gesagt topaz finde ich optisch auch ziemlich cool irgendwie ruby wir sehen sie bei mir im krieg level ich direkt auch eine zweite habe ja auch kein problem mit also jetzt vielleicht nicht brauche es ein dritter kobold ne sind wir mal ehrlich also vielleicht irgendwann wenn man wieder auf roten tank stellt dann ist seine zeit wieder da aber ein kobold reicht und der macht das halt auch sehr solide und wenig auch gerne sagen würde da habe ich auch nichts gegen eine zweite garnett weil wir haben festgestellt fünf sterne heiler in rot bin ich echt scheiße aufgestellt ja ich habe eine garnett ich habe zweimal aris ich habe zweimal grasul das war es an fünf sterne heiler ja und garnett natürlich auch für rush ganz geil aber auch vielleicht um dann auch ein zweites ninja team zu bilden mit kobold ja vielleicht auch nicht schlecht ne und man wäre halt ein bisschen flexibler ich könnte halt dann auch mehr mehr rote in meine angriffsteams integrieren weil ich halt immer dann ein heiler und dann zwei rote spiele ne so habe ich halt immer nur ähm jetzt habe ich natürlich garnett mit dem ritter gepackt ja aber normalerweise war es ja garnett mayana ruby das könnte ich dann wieder zum beispiel spüren könnte aris dann rausnehmen wenn ich eine zweite garnett kriege ja vielleicht reicht es ja schon wenn wir zwei beschwörungen hier machen und kriegen da was richtig geiles dann hat sich das ja schon gelohnt war das intro länger als alles andere ja natürlich nashkar ist jetzt nicht äh das äh ziel der begierde da peridot ah schade ok ähm was ich gerade mal eben warte ich muss eben was gucken gehen die ninjas ne die ninjas gehen nicht in den neuen monat rein ahhh dreckige schweine äh ok gut dann würde ich sagen gucken wir mal ah je bringen wir mal ein glück zurückspiel nein ja oder weil klein ding wäre zufrieden sein ok die erste war schon mal echt scheiße ein ninja drin naja der jetzt nicht so geil ist ne also wir schon haben und klein 5 sterne blau vielleicht jetzt nicht unbedingt grün und gelb das sind die farben die ich sehen will sehr cool sehr cool zwar nicht meine nummer 1 in gelb von den ninjas aber ähm nehme ich 4 nochmal habe ich gerade schon nicht gebraucht ok also da haben wir unseren supporter sehr gut kann ich mit leben ich überlege gerade schon wo ich ihn nutze aber ich muss ihn ja erstmal leveln das problem ist das ist gelb ich mache lindenbrock im moment danach wollte ich die gazelle machen dann kommt er topaz würde wahrscheinlich vor die gazelle sogar noch rutschen wenn ich ehrlich bin ja aber so das wirbelt schon wieder alles so durcheinander ne aber von der gazelle habe ich mehr als von nikon aktuell noch aber hier hier den will ich komm mach mal keinen scheiß eigentlich tiburtus ne das sind die falschen viel das sind die falschen das ist halt so das ist halt sowas was ich so gar nicht leiden kann ne was du dann halt nur nur season 1 kriegst das ist halt doof also das war jetzt ähm das ende mehr mach ich nicht weil äh da hat man wieder gesehen ich schwör es 10x season 1 dann ist auch gut ne das hat so ein bisschen den 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 spaß gekillt jetzt sag ich mal und ähm der neue kalender zeigt auch dass ähm nächsten monat das neue event kommt wir haben auch challenge festival 2 das heißt damit soll es erstmal gewesen sein mit den ninjas wir haben ja einen neuen gekriegt das ist ja ganz geil warte ich mach mal die weil das jetzt alles welche sind die mehr xp geben gehen die mal alle in dienenbrock rein ja dienenbrock steigt doch mal auf so schwer ist dieser aufstieg nicht hier kann er auch weg danke nochmal weg so also mit nika ja ich bin zufrieden mit ihm so sagen wir das ist alles alles gut er wäre halt so in der also ich finde den optisch finde ich ihn cool ja aber vom vom nutzen also es gibt ja mehrere kategorien die ich habe ja der einmal die kategorie nutzfaktor da wäre peridot und topaz ganz oben gewesen und dann gibt es die wo ich sagen wo ich sage ähm wenn ich mir einen aussuchen könnte so aus aus Spaß so den ich mit dem ich gerne spielen wollen würde ne dann ähm wäre er aber auch nicht unter den top 3 dann wäre es tatsächlich äh auch peridot ähm ruby und gar nicht das wären die da die top 3 gewesen ähm ich hab ich hab nutzen für ihn ja klar aber wir können froh sein dass wir überhaupt einen gekriegt haben also von daher deswegen ist das äh portal auch so jetzt erstmal 32 beschwörung für einen für einen neuen wir haben schon deutlich schlimmere gehabt ne wenn man mal ehrlich ist deswegen lassen wir das einfach mal so so stehen und äh fordern das Glück nicht weiter neuer fünfer damit müssen wir zufrieden sein und ja dann sind wir warte mal einmal mal gucken dann sind wir durch mit beschwörung Valhalla eigentlich nix geplant wenn ich ehrlich bin nö dann sind wir damit eigentlich durch Diamanten mit Diamanten werden wir nicht beschwören wenn ich nochmal ähm wenn ich die Münzen sammle vielleicht ja da kriegen wir noch was zusammen das können wir dann noch machen also wir werden nur noch irgendwie hier mit Münzen beschwören die wir dann äh kriegen ne das war's dann würde ich erstmal so sagen mit der Ninja Truppe hier das ist das ist noch das ist noch ziemlich schade ich glaube ich hätte mich mehr über die Lila Ninja Truppe gefreut als über Helden was das wäre Perry dort gewesen aber so ähm lassen wir es mal so stehen die Münzen ich weiß nicht ob ich die 20 noch nutzen soll in der Hoffnung die hier zu kriegen oder einfach zu sagen wir haben es versucht und ähm es soll nicht sein mit Magier Truppen haben wir prinzipiell mehr wobei ich halt nicht in der absoluten Notwendigkeit bin Magier Truppen zu leveln also ich könnte es noch ich könnte ich versuche ich haue die Münzen hier raus beim Ninja Turm und dann sehen wir einfach was was dabei rumkommt vielleicht haben wir ja Glück und die kommt mal gucken okay gut das war's dann erstmal wir sehen uns dann mit den Ninjas nochmal wieder wenn wir die letzten Stufen gemacht haben oder wenn wir die letzten Stufen machen und ja bis dahin viel Erfolg beim Spielen beim Beschwören und bei allem was das ebenso wunderschönes zu bieten hat also macht's gut ciao ciao das dieser wetzlar